Ja, dann willkommen zu unserer letzten Vorlesung in Grundlagen der Informationstechnologie. Ist ja damit jetzt die 15. Vorlesung, ja, und so schnell können drei Monate herum sein. Ja, heute möchte ich mit Ihnen über die Evaluierungsbögen sprechen und dann verliere ich mal noch ein paar Worte über die Prüfung. Und dann lasse ich nochmal ein paar der letzten Vorlesungen ein bisschen kurz Revue passieren, so als schnelle Zusammenfassung. Erstmal, wir installieren mal kurz die Statistiken. Also Twitch nimmt ja immer so Kanalstatistiken auf. Ja, wie viele Zuschauer hat man denn so im Schnitt? Also heute sind es so 63 momentan. Ich wechsle mal hier auf den Bildschirm, ist vielleicht ein bisschen kleiner. Ich hoffe, man erkennt es trotzdem so halbwegs. Ja, also hier kann man irgendwie gut den Trend sehen. Also Weihnachten ist die Lücke hier. Ansonsten, Sie sehen, also am Anfang haben wir 56 Zuschauer und dann ist so ein stetiger Trend nach unten an den Live-Zuschauern. Heißt natürlich nicht, dass ich so viele Zuschauer verloren habe. Vielleicht gucken viele auch einfach im Anschluss. Man kann sehen, es ging jetzt runter von 156 zu 72. Und heute haben wir ja noch 62 übrig. Nein, die Kamera muss nicht an sein. Ich erkläre das nochmal gleich. Ja, also zuerst mal möchte ich mal ein Wort über die Evaluierungsbögen verlieren. Also ein paar von Ihnen wurden ja gebeten, die Evaluierung auszufüllen. Und aus Gründen der Transparenz möchte ich jetzt mal mit Ihnen öffentlich hier besprechen, was da so eingetragen wurde. Erstmal zum Ablauf für die Evaluierung. Also wer die Evaluierungsbögen bekommt, das wird seitens der Akquitäten festgelegt. Das heißt, ich wurde nicht gefragt. Ich habe halt irgendwann eine E-Mail bekommen. Ja, welche Seminargruppen auserkoren wurden. Ja, und das ist dann so die Gruppe, die gefragt wird. An diesen Evaluierungen gibt es natürlich so ein paar Probleme. Also zum einen ist natürlich nicht repräsentativ. Weil erstmal die Evaluierung nimmt natürlich nur die Leute teil, die es bis zum Ende durchgehalten haben. Das heißt, jemand, der vorher verloren ging, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja alle möglichen Gründe haben. Zum Beispiel Studiengang gewechselt, andere Hochschule gewechselt, generell abgebrochen, irgendwelche privaten Gründe. Es gibt ja alles Mögliche, warum Leute verloren gegangen sind. Und von denen hat man ja keine Daten. Und das nennt man so Survivorship Bias. Also man kriegt eigentlich nur die Erfolgsgeschichten mit. Beziehungsweise, wie es schön Bertel Brecht sagt, der Drei-Groschen-Opa. Und man sieht nur die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht. So, insgesamt haben wir, ich gehe mal von den Prüfungseinschreibungen aus, momentan sind 145 Personen in die Prüfung eingeschrieben. Also alle aus BW20 haben einen Evaluierungsbogen bekommen. Hoffe ich zumindest, hat die E-Mail behauptet. Und dann, das sind 36 Einschreibungen laut Prüfung. Und dann haben noch die Wirtschaftsingenieurwesen Dualstudierenden. Achso, D ist doch Diplom. Ich dachte, das wäre vielleicht Dual, weil es sind nur 6 Semester laut Ablaufplan. Deswegen habe ich mal geraten und dachte, Diplom macht keinen Sinn. Weil das zu kurz wäre. Und ich habe mal geraten, dass das vielleicht irgendeine kooperative Promotion mit dem Arbeitgeber ist. Na gut, das ist doch Diplom und nicht Dual. Weil eigentlich Diplom ist ja 10 Semester. Deswegen dachte ich vielleicht, es ist was anderes. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls bei dem Diplom sind nur 4 Einschreibungen. Das heißt, nee, also das sind die beiden, die befragt wurden. Die zwei Seminargruppen, die zwei Fachrichtungen. Heißt auch, Wirtschaftsingenieurwesen 20 wurde auch nicht befragt. Heißt also, es gab bis zu 40 Leute, die befragt wurden. Der Rest wird unter den Tisch gekehrt. So, da fragt man sich dann natürlich, warum werden nicht alle befragt? Ich meine, das System ist digital. Das heißt, die Formulare zu versenden kostet keine Arbeitszeit. Und mehr Daten ist im Prinzip besser. Und generell, abgesehen vom Dozenten, interessiert niemanden diese Evaluierung. Deswegen finde ich es ein bisschen ärgerlich, dass da nicht alle gefragt werden. Weil dadurch einfach ein paar Daten fehlen. Ja, die sehe ich. Da komme ich gleich drauf. Kommen wir erstmal zu WI21. Da habe ich die folgende E-Mail bekommen. Also wohlgemerkt, bis zu 4 Leute sind dort eingeschrieben. Sehr geehrter Herr Kind, die Auswertung der Evaluierung zur Veranstaltung Grundlagen der Informationstechnologie konnte leider nicht erzeugt werden. Da hat so wenige Rückläufer unter 3 erfasst worden. Mit freundlichen Grüßen, ihr Evaluierungsteam. Naja, jetzt mal ehrlich. Wenn maximal 4 Leute in dieser Seminargruppe sind, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass weniger als 3 Antworten. Keine Ahnung, wer sich das überlegt hat, die Seminargruppe alleine einzubeziehen. Macht halt gar keinen Sinn. So, und bei BW20 gab es 9 Abgaben von 36. Heißt also 25% Rücksaufquote. Das ist der normale Wert, würde ich sagen. Also 25% Rücksaufquote hat man immer. Das heißt, das Gesamtfeedback sind 9 Personen. Aus 145. Ja, und das gucken wir uns doch mal an, was da so drin steht. Also ich stimme mir vermutlich zu, dass es ein bisschen dünn ist. Ohne jetzt die Studierenden zu kritisieren. Ich finde, das ist einfach ein konzeptioneller Fehler von dem Evaluierungssystem. Sie können ja nichts dafür. Sie wurden ja weisgend gar nicht gefragt. So, also was gibt denn dieses Evaluierungsbogen so raus? Also es gibt auch noch Balkendiagramme. Die habe ich mal weggelassen. Die Balkendiagramme sind genau das gleiche wie das hier. Das hier ist halt eine Trendlinie. Die gibt den Mittelwert an von den Antworten. Ich meine, diese Ankreuzdinger finde ich immer nicht so spannend. Also links ist halt gut, rechts ist schlecht. Ich meine, das sagt halt nicht allzu viel aus. Ich bin eher Freund der Freitextfelder. Aber da sehen Sie es mal. Am schlechtesten kam hier weg mit 2,3. Die Ziele der Lehrveranstaltung waren mit zu Beginn klar. Ja, und der Rest kam eigentlich recht gut weg. Ich lasse das mal kurz offen, wenn Sie es mal kurz durchlesen wollen. Und dann noch Seite 2. Mal sehen. Also die Menge des Lehrstoffs ist für mich zu bewältigen. Ist so mittelmäßig ausgefallen mit 2,7. Wohlgemerkt, also das ist jetzt nur von Betriebswirtschaft hier. Also das ist natürlich dann gewisser Bias in die Richtung drin. So, mein Vorwissen war ausreichend, um der Veranstaltung folgen zu können. Das war relativ schlecht mit 3,4. So, ich kann kommen, dass ich hier Sachverhalte darstellen. Das ist eine 2. So, ich fühle mich in der Lage, den verhandelnden Stoff anwenden zu können. Das ist 2,9. Dann die Frage 3,5. Da ist halt, also ich finde ja irgendwie die Sachen, die hier, genau, die hier positiv sind, sollten ja links stehen. Und die Frage ist jetzt irgendwie, ich würde mehr lernen, wenn der Stoff im Rahmen von Präsenztermin behandelt wird. Das heißt, da ist die richtige Antwort, also das Digitale war gut, ist dort ja eigentlich rechts das Stimme gar nicht zu. Also irgendwie ist die Frage falsch rumgestellt. Das sollte vielleicht sowas sein wie, ich fand digital in Ordnung und hätte bei Präsenz auch nicht mehr gelernt oder sowas. Irgendwie so in die Richtung. Daher ist das eher eine 1,2 anstatt eine 3,8. So, dann, mir ist jederzeit klar, welchen Zweck. Ja gut, das ist gut ausgefallen. Dann, die eingesetzten Elemente motivieren mich zum kontinuierlichen Lernen, war auch eine 2,4. Hier, man sieht hier noch, wie groß war Ihr Interesse am Thema zu Beginn der Lehrveranstaltung? Sehr gering. Da fehlt aber irgendwie noch die Frage, wie groß war Ihr Interesse am Ende der Lehrveranstaltung? Die Frage gibt es nämlich nicht. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass bei Betriebswirtschaft sich der Grund am Anfang nicht erschließt, warum man dieses Modul haben sollte. Deswegen finde ich das jetzt nicht überraschend, die 3,6. Irgendwie fehlt mir jetzt da so eine weitere Frage, wie fanden Sie es denn am Ende? So, jetzt zu den Freitextfeldern. Ich habe das auch mal ein bisschen gekürzt. Kurz zum Lob. Also, im Positiv war der Wiederholungseffekt der Praktika, bezogen auf die Vorlesung. Hilfsbereiter Dozent. Die Lehrmittel sind sehr übersichtlich und gut gegliedert, strukturiert und man hat gesehen, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Passende Online-Tools genutzt, um Lehrveranstaltungen online abzuhalten bzw. Materialien zu präsentieren. Ich finde es außerdem sehr gut, dass man die Forschung nachverfolgen kann, auch wenn man zum Termin, an dem sie abgehalten werden, nicht live dabei sein kann. Und mehr Aufwand von Herr Kind, die Videos im Nachhinein zu bearbeiten. Genau, also wer das noch nicht gemerkt hat, ich lade ja die Vorlesung auch immer auf YouTube hoch. Und dort sind die ja geschnitten. Also, ich habe ein paar Lehrstellen, die habe ich einfach rausgeschnitten. Ein paar Sachen, die komplett unwichtig sind, sind auch raus. Und zudem sind dann noch Kapitelmarken drin. Das heißt, sie können immer konkret sehen, an welcher Stelle halt ein bestimmtes Thema in der Vorlesung behandelt wurde. Also unten sind Zeitmarken mit drin. So, weiterhin positiv bereit, bei Fragen nach den Pfandscheinen sich wieder Zoom zu treffen. Hier ist ja mit, die beste Online-Umsetzung eines Moduls, sowohl fachlich als auch zwischenmenschlich. Ja, danke für das Interesse wecken an einem Thema, welches mich vorher nur gelangweilt hat. Es freut mich, ich finde es sehr gut, dass man jetzt seinen Bildschirm teilgenommen hat, damit bei Institutionen etc. geholfen werden konnte. Sehr gute Lehrveranstaltungen, die auch online gut funktioniert. Und interessante Themen, vor allem Peifen. Ja, ich habe natürlich keinen Vergleich wie die anderen Kollegen, dass wir den Online-Veranstaltungen machen. Aber ich würde ja mal erwarten, dass man nach zwei Jahren mittlerweile im Griff hat, ordentliche Online-Veranstaltungen zu halten. Ich meine, in den ersten zwei Semestern habe ich noch Verständnis dafür. Aber langsam sollte man sich ja hier damit langsamer beschäftigt haben, wie man das ordentlich macht. Meine Neuinvestition zum Beispiel war, also für dieses Semester hatte ich mir halt ein neues Mikrofon geholt, wodurch der Ton halt deutlich besser ist. Wenn Sie meine alten Aufzeichnungen mal auf Logwerk R anhören, da klingt der Ton halt relativ blechern. Und jetzt mit dem richtigen Mikrofon klingt es auf jeden Fall merklich besser. Wobei sich das Mikrofon mit meiner tiefen, brummigen Stimme teilweise etwas schwer tut. So, erst das meine ich, die positiven Sachen. Jetzt zu den negativen. Also ich finde diese negativen Sachen immer besser zum Feedback. Und es ist wie bei Amazon. Sie kennen ja in der Regel, wenn Sie sich über ein Produkt informieren. Wenn Sie sich über ein Produkt informieren, ich meine, die 5-Sterne-Bewertungen sind meist Müll. Und die 1-Sterne-Bewertungen sind ja meist auch sinnlos, weil es irgendwelche Dullis sind, die keine Ahnung von irgendwas haben. Deswegen liest man immer die 3-Sterne-Bewertungen. Also genau das dazwischen, weil da stehen meist die Sachen drin, die für einen relevant sind bei der Kaufentscheidung. Und so würde ich auch mal den Tadel kategorisieren. Weil damit kann man halt so Feedback bekommen, was halt gut lief und was nicht. Ja, danke für das Feedback. So, jetzt mal zum Tadel. Ich lese mal vor. Leider war es besonders am Anfang des Semesters für mich sehr schwer, dem Praktikum zu folgen. Ich hatte keine bis sehr wenige Vorkenntnisse in diesem Modul. Ich denke, dass vieles einfacher wäre, wenn man nicht voraussetzt, dass jeder bereits etwas mit Python etc. zu tun hatte. Wobei ich jetzt anmerken muss, also eigentlich war das Modul ja so designed, dass Sie auch ohne Kenntnisse einsteigen können. Also ich bin ja auch bei Python so eigentlich von Null rein. Aber natürlich werden ja auch bei diesem Modul hier sehr viele Themen angeschnitten. Deswegen kann ich es auch nachvollziehen, weil man so ein bisschen überrollt wird vielleicht bei manchen Themen. Weil der Sinn war eigentlich schon, dass man ohne Vorkenntnisse das mitverfolgen kann. Zumindest zum größten Teil. So, dann logischerweise ist es schwierig, so ein Themengebiet online gut zu vermitteln. Persönlich finde ich, dass der Programmierteil für einen BWL-Studenten zu groß ist und der Stoff zu viel. Wobei ich schon sagen muss, ich habe den Stoff mittlerweile schon ziemlich zusammengestaucht. Vor einem Jahr, da hatte ich ja das Modul zum ersten Mal gehalten. Da war das noch deutlich mehr Stoff und deutlich mehr Folien. Ich habe das mittlerweile schon deutlich überarbeitet, damit es nicht mehr ganz so extrem viel ist. Und ich habe halt die echte undankbare Aufgabe, ja irgendwie alle möglichen Fachrichtungen hier irgendwie für das Thema hier zu begeistern. Und da hat man halt auch viele Themen dabei, die interessieren manche wieder nicht. Manche finden die wieder spannend. Also es ist irgendwie ein unlösbares Problem bei acht verschiedenen Fachrichtungen. So, dann, ich würde mir wünschen, dass die Praktika kurz zusammengefasst werden, was besprochen wurde. Und mehr kleine Aufgaben nach den Praktika. Ich fand dies motivierend für mich, den Stoff nochmal zu wiederholen. Ja, also ich hatte so drüber nachgedacht. Da kam ich dieses Semester einfach nicht dazu. Auch einfach mal so ein paar Sachen, zum Beispiel nochmal so wie gehen Codierung und sowas. Einfach mal so als 5-Minuten-Videos mit auf YouTube zu hauen. Wenn man das auch nochmal hat, kam ich einfach dieses Semester zeitlich nicht dazu. Denke ich aber nächstes Semester für prozedurale Programmierung drüber nach. So, und dann auch, da ich nicht live bei den meisten Einstellungen wegen Überlappung anwesend sein kann, würde ich mir noch ein paar Infos zu den Praktikas wünschen, um diese nacharbeiten zu können. Und das Gefühl zu haben, wichtige Informationen verpasst zu haben. Genau, also die wurden ja nicht aufgenommen. Aber andererseits, jedes Praktikum wurde zwölfmal in der Woche angeboten. Deswegen, denke ich mal, gab es trotzdem einen Termin, wie man irgendwie teilnehmen konnte. So, dann, für BWL-Studenten erscheinen die Studienfachen nur wenig sinnvoll. Ja, ja, genau. Das Praktikum gab es zwölfmal die Woche. Zumindest anfangs. Danach, so als Online war nicht mehr. Es gab es irgendwie Dienstag zweimal, Mittwoch viermal und Freitag zweimal. Okay, achtmal. Am Anfang war es zwölfmal. Aber das habe ich dann wegen dem Online-Ding hier, als es nicht mehr präsent war, bis es kondensiert. Ja, und generell finde ich den Stoff völlig nutzlos. Ich hätte es beispielsweise viel sinnvoller gefunden, wenn uns Dinge beigebracht worden wären, die wir in unserem späteren Beruf auch gebrauchen können. Zum Beispiel Excel-Kenntnisse oder ein Einblick in ein Buchhaltungsprogramm etc. Jupiter und Co. zählen da meiner Meinung nach leider nicht dazu. So, der letzte Satz mit dem Jupiter. Da muss man jetzt sagen, wenn man mal nochmal bei Lob 2 guckt, da wurde als interessantes Thema vor allem Python betont. Das heißt, man muss halt auch sagen, allen kann man es nie recht machen. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass Betriebswirtschaft an solchen Themen wie zum Beispiel Netzwerke vermutlich eher weniger Interesse hat. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ich vielleicht ein paar Einheiten bei Betriebswirtschaft vielleicht austausche, dass wir halt mal so zwei, drei Einheiten auch wirklich mal einfach mal Excel oder irgendwas machen und da zum Beispiel das Netzwerkthema streichen oder sowas, damit zumindest ein paar Einheiten vielleicht etwas interessanter sind. Aber da habe ich noch keine konkrete Idee. Hier spricht gerade einer das Thema Breakup-Sessions an. Also ich finde halt echt das Problem bei diesen Online-Praktika, es ist echt schwer irgendwie so ein bisschen Dialog zu konstruieren. Es gibt also immer so Didaktik-Kurser, die üben das dann, die bringen immer so Ideen, das ist noch entwickelt worden mit sozialer Arbeit Studierenden und die sind natürlich generell viel extrovertierter und labern auch die ganze Zeit und so weiter. Da gibt es natürlich auch weniger Probleme dabei, diese Kommunikation aufzubauen. Das ist echt so ein Problem, was wir noch nicht gelöst bekommen haben, dass halt auch irgendwie so ein bisschen Interaktion entsteht bei diesen Online-Praktika. Das finde ich auch so ist der größte Schwachpunkt daran, weshalb ich eher Präsenz bevorzugen würde, weil dort einfach der Dialog dynamischer entsteht. Aber das mit den Breakup-Sessions ist eine Idee. Könnte man ja mal im nächsten Semester probieren, da habe ich auch nochmal ein paar von Ihnen. Das war jetzt erstmal die Evaluierungsbögen. Wie gesagt, waren es ja nur neun Rückläufer, aber ja, danke für das Feedback. Ich finde es immer sehr praktisch, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das Modul gut ankam oder nicht. Ich werde auf jeden Fall versuchen, für das nächste Jahr mal zu schauen, ob ich irgendwie für Betriebswirtschaft das ein bisschen interessanter machen kann. Dann möchte ich mal kurz was zur Prüfungsordnung sagen. So, ich möchte mal kurz über die rechtlichen Aspekte von Online-Kursionen sprechen. Ganz kurz, weil es ist ja keine Rechtsvorlesung hier. Und das ist die Prüfungsordnung der Fakultät CB. Also das kann bei Ihnen leicht abweichen. Ich gehe mal davon aus, dass es fast gleich ist, weil in der Regel kopiert man eh nur gegenseitig das Zeug ab. Relevant ist Paragraph 8, Absatz 2. Es kann festgelegt werden, dass auf die Prüfungsplattform nur mit einem bestimmten Webbrowser zugegriffen werden kann. Das sagt darauf aus, es kann also sein, dass bei bestimmten Prüfungen aufgefordert werden, konkrete Programme wie den SaveXM Browser zu verwenden, der dann verhindern soll, was aber überhaupt nicht funktioniert, dass Sie andere Programme starten können. Davon mache ich keinen Gebrauch. Sie können ganz normal Ihren Computer nutzen, ganz normal Jupyter starten und dann damit machen, was Sie wollen. Ich sehe da einfach keinen Sicherheitsgewinn. Das lässt sich alles zu leicht austricksen, entweder mit einer virtuellen Maschine oder Sie nehmen einfach einen zweiten Computer daneben. Also das finde ich komplett witzlos. Ja, und wird die Online-Klausur nicht auf einer Prüfungsplattform durchgeführt, so werden den Prüfungsteilnehmern die Aufgaben oder Themen auf andere geeignete Weise online übermittelt. Der Prüfungsteilnehmer hat darauf zu achten, dass diese vollständig und lesbar sind. Das betrifft Sie. Also ich gebe Ihnen ja einen Jupyter Notebook. Sie müssen also bei Prüfungsbeginn gucken, dass das Notebook bei Ihnen tadellos funktioniert und dass da keine Probleme gibt. Also wenn Sie erst nach einer Stunde merken, dass Ihr Notebook fehlerhaft ist, können wir auch nichts mehr machen. Also das ist Ihre Verantwortung. Ja genau, der SafeXM-Browser muss extra installiert werden. Das ist so ein Programm, das geht im Vollbild auf, blendet andere Fenster aus, damit Sie nichts anderes mehr nutzen können, macht halt Probleme mit Zoom. Das heißt, man kann nicht gleichzeitig Zoom nutzen und sowas. Also komplett witzlos das Tool. Sowas wie SafeXM-Browser geht echt nur in einer kontrollierten Umgebung, zum Beispiel in einem Hochschul-PC-Pool oder sowas. Privateses Ding recht sinnlos. Ja, dann noch Absatz 4. Also Online-Klausuren können unter Aufsicht durchgeführt werden. Darauf verzichte ich ja. Also wir machen ja nur kurz die Kamera an, um ja die Ausweiskontrolle am Anfang zu machen. Das haben wir ja im Praktikum durchgespielt. Für alles andere sind Sie einfach ohne Mikrofon und Kamera in einem Zoom-Raum, wo Fragen gestellt werden können. Weil ich sehe bei diesem irgendwie mit der Kamera-Gesicht-Filmen überhaupt keinen Sicherheitsgewinn. Ich habe keine Idee, was das bringen soll. Ich meine, was soll man denn da sehen? Daher lassen wir es einfach komplett, weil sich mir einfach der Sinn im Zug auf Betrugsverhinderung nicht erschließt. Außerdem kostet es nur Bandbreite und viele haben halt trotzdem noch schlechtes Internet, weil es halt Deutschland und, naja, teilweise gibt es ja grauenhafte Internetverbindungen. Moment, genau. Also 5 und 7 ist uninteressant für uns. Ah, genau. Genau, Paragraph 7, Absatz 2 und Absatz 8 gilt entsprechend. So, Absatz 7 ist mündliche Videoprüfungen. Das ist wie so ein dummer Querverweis. 2 und 8 gelten auch für normale Prüfungen. Ja, also wenn eine technische Störung auftritt, ist die Prüfungszeit zu verlängern. Und wenn nach 10 Minuten die Störung nicht behoben werden kann, dann ist die Prüfung zu wiederholen und als nicht stattgefunden zu werten. Das Problem dürfte es bei uns nicht geben, weil Sie bekommen ja einen Jupyter-Notebook. Das heißt, die meisten von Ihnen führen das ja sowieso lokal aus, wer das Jupyter-Lab eingerichtet hat. Und wenn man bei Ihnen von einer halben Minute das Internet ausfällt, dann ist das ja auch nicht super schlimm. Das Zeug finden Sie alles unter Ordnungen hier beim Rektorat. Ich habe ja den Link drin auf der nächsten Folie. Können Sie auch nochmal in Ruhe nachlesen. Absatz 8 sagt dann noch, zur Feststellung der Identität haben diese in der Videokonferenz ein amtliches Sichtbild-Ausweis-Dokument sichtbar vorzuweisen. Und bei der Identitätsfeststellung soll die Videoübertragung für die anderen ausgeschlossen werden. Das haben wir ja durchgespielt. Sie wurden in Breakout-Räume gesetzt und ich bin von Raum zu Raum gegangen. Und sie haben nur mehr dieses Dokument gezeigt. Also das ist laut Prüfungsordnung der einzige zulässige Weg, die Ausweiskontrolle zu machen. Also wenn Sie aufgefordert werden, irgendwie, dass 20 Leute die Kamera anmachen, den Ausweis reinzuhalten. Also das ist laut diesem Absatz, wenn ich das verstehe, nicht gültig. Also Sie können das ja nochmal in Ruhe durchlesen. Ja, das können Sie alles nochmal hier nachlesen. Wie gesagt, das ist von der Fakultät CB. Prüfen Sie mal, ob das bei Ihrer Fakultät auch so drinsteht in der Notfallprüfungsordnung. Da können ein paar Sätze anders sein. Ich habe das nicht kontrolliert. Ja, das ist ein allgemeiner Link, wobei ich jetzt... Wobei die Seite recht unübersichtlich ist. Ich glaube, da fehlen wir auch nicht von allen Fakultäten die Ordnungen. Also versuchen Sie es mal zu finden. Ich habe es nur für CB nachgeschaut. Aber ich würde behaupten, die Texte sind zu 99% identisch. Ja, genau. Also beim Excel-Börser kann man eigentlich nichts nebenbei aufmachen. Weil der alle Programme automatisch schließt, die sie aufmachen. Achso, nee. Also das normale Opal-Prüfungsoberfläche ohne Extratool. Nee, die macht nichts. Da ist einfach nur der Webbrowser auf. Ich meine jetzt das Opal, wo Sie gezwungen werden, den Safe-Exam-Browser zu verwenden. Das kann man ja einstellen. Diese sichere Umgebung in Anführungsstrichen. Aber die reine Opal-Prüfung ist einfach nur Ihr Webbrowser und Sie können alles machen, was Sie wollen. Da gibt es keine Einschränkungen. Achso, wie heißt die Dateien der Übersicht der Ordnungen? Gute Frage. Ah ja, genau. Sie müssen nochmal auf Übersicht Ordnungen 2021 klicken. Und dann bei Fakultät CB heißt das, ähm, muss ich erstmal gucken, wo das war. Ordnung für die außerordentliche Durchführung von Studium und Lehre in Krisenzeiten für die Studiengänge der Fakultät angewandte Computer- und Biowissenschaften. Also das Dokument habe ich verwendet. Das ist Dokument 7 2021. Und das müsste für die anderen Fakultäten auch in der Liste stehen. Wenn es für Ihre nicht drinsteht, äh, fragen Sie mal einen Prüfungsausschuss an. Keine Ahnung, wo die Ordnungen sonst noch zu finden sind. Die Hochschulseite ist manchmal etwas, äh, ich nenne es mal unübersichtlich. So, kommen wir jetzt mal noch zum Prüfungsablauf. Also das hier wird, da werde ich auch nochmal eine E-Mail schicken nächste Woche. Mit einer Handreichung, wo das nochmal alles explizit drinsteht, wie alles durchzuführen ist. Hier so der grobe Plan. Also von 10 bis 10.45 Uhr ist Ihre Identifikation mit Ausweis oder HSMW-Karte. Das ist also der Moment, wo Sie mal eine Kamera brauchen. Danach brauchen Sie keine mehr. Das ist nur kurz, wo Sie identifizieren. Das habe ich ja mit etwa 100 Leuten durchgespielt. Sie wissen, wie das geht. Dann bis 11 Uhr ist so Belehrung und Ausgabe der Ausaufgaben, also der Jupyter Notebooks. Dann von 11 bis 12.30 Uhr ist die unüberwachte Prüfung. Wie gesagt, Sie können aber Fragen in Zoom stellen. Aber bitte nicht den Bildschirm freigeben, wo man Antworten sieht. Das müsste ich dann vermutlich als Bedrucksversuch werten, weil Sie dann 100 anderen Leuten zeigen, was Sie da hingeschrieben haben. Also, seien Sie vorsichtig mit der Bildschirmfreigabe. Ja, und 12.30 bis 45 sind die Abgabe von Prüfungen und Anhängen. Das heißt, wenn alles glatt läuft, sind wir noch vor 13 Uhr fertig. Wenn etwas schief geht, dauert es halt ein paar Minuten länger. Genau, wenn Sie teilen müssen, können Sie das kurz an, dann schiebe ich Sie in den Breakout-Raum. Und dann können wir das 1 zu 1 machen. Das ist dann wirklich nur im absoluten Notfall, wenn Sie technische Probleme haben. Also, das ist der Kruppler, da kann sich noch etwas ändern. Ich schicke da nochmal eine Mail. Denke ich nächste Woche in Ruhe drüber nach. Ja, Ihre Pflichten sind, Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Technik reibungslos funktioniert. Also, nehmen Sie sich ja den besten Computer, den Sie gerade zur Hand haben. Es muss ja auch keine Kamera haben. Es muss irgendeiner sein, der zuverlässig funktioniert. Und natürlich muss Ihr Jupiter funktionsfähig sein und der Umgang vertraut. Also, wenn Sie dann bei Prüfung nicht wissen, wie man ein Jupiter öffnet oder Zellen ausführt, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Das haben wir 5 Wochen lang gemacht. Das muss also einfach sitzen. Ich habe ja gesagt, das wird ein Jupiter-Notebook sein. Ja, und dann steht hier noch in Ihrem Stundenplan irgendwie Montag, 7. Februar, 10 Uhr Technik-Test. Das habe ich erstmal nur so buchen lassen. Ob wir ihn überhaupt stattfinden lassen, was wir da konkret machen, habe ich noch nicht entschieden. Das ist erstmal nur eine Zeitbuchung. Da schicke ich Ihnen nochmal eine Mail. Ja, und nochmal zu den Hilfsmitteln. Also, es ist alles erlaubt. Außer Kommunikation jeglicher Art. Das heißt, miteinander kommunizieren ist nicht erlaubt. Mit Fremden kommunizieren ist nicht erlaubt. Und Sie dürfen auch nicht aktiv in Foren irgendwelche Fragen stellen. Also, Sie können natürlich aus Foren lesen und sowas, aber Sie dürfen nicht aktiv an irgendwas teilnehmen. Genau, das ist eine Open-Book-Prüfung logischerweise. Und ich empfehle Ihnen, aktuellen Firefox oder Chrome zu verwenden. Und möglichst irgendwelche Dons zu deaktivieren. Und die stören könnten. Also, nehmen Sie den Browser, wo Jupyter bei Ihnen geht. Wenn Sie einen zu alten Browser haben, könnte es sein, dass Jupyter nicht funktioniert. Aber den Fall hatte ich, glaube ich, nur bei einer Person in der ganzen Zeit. Also, das dürfte bei Ihnen kein Problem darstellen. Achso, und Microsoft Edge ist auch Chrome-basiert. Also, den können Sie natürlich auch verwenden. Und Opera ist aber auch Chrome-basiert. Bei Safari wäre ich mir unsicher, ob der zuverlässig funktioniert. Safari sollten Sie vorher testen, ob das Jupyter da drin funktioniert. So, grob zu den Inhalten. Also, von der Gewichtung her, von den Punkten, wird es etwa so hier sein. Es wird etwa eben 10% Theorie-Fragen, weil ich finde Theorie-Fragen bei einer Open-Book-Prüfung recht witzlos. Kann man hier eher alles googeln. Daher so 10% Theorie. 20% sind so SQL- und Datenbank-Abfragen. 20% werden so Programmierende Python sein. Und 50% ist alles andere, was wir so hatten. Was alles andere ist, komme ich gleich nochmal drauf. Und der Schwerpunkt wird sein, die praktische Anwendung. Also, wie gesagt, es wird fast keine Theorie geben. Es geht so um praktische Anwendung. Sie sollen also zeigen, dass Sie die Themen vor allem aus dem Praktika verstanden haben und anwenden können. Ah ja, und es gibt auch eine Upload-Aufgabe. Das haben wir ja durchgespielt. Da zeichnen Sie was auf dem Blatt Papier oder in ein Grafikprogramm laden das dann als Extra-Datei mit der Prüfung zusammen hoch. Hatten wir ja durchgespielt. Ist jetzt nichts Neues. Also, welches Jupyter Sie nehmen, ist egal. Ich hatte ja gesagt, nehmen Sie besser das Lokale. Weil ich kann nicht garantieren, dass wenn 150 Leute sich auf das Online-Jupyter stürzen, dass es dann nicht abstürzt. Deswegen habe ich gesagt, wer kann möglichst lokal machen, einfach um die Last auf dem Jupyter-Server zu reduzieren. Weil wenn da nur 50 online arbeiten und 100 offline, dann fällt das Ding nicht aus. Also es könnte auch mit 150 laufen, aber ich will es einfach nicht riskieren. So, jetzt gebe ich mal noch eine schnelle Zusammenfassung zu der Veranstaltung hier. Erstmal keine Garantie auf Vollständigkeit. Ich gehe einfach nochmal ganz, ganz schnell alle Vorlesungen in 1, 2 Sätzen durch. Damit Sie nochmal einen Überblick haben. Was haben wir denn alles gemacht in diesem Semester? Ja, Vollsung 1 oder Praktikum 1 waren ja Einführung und Orga. Also, die entfallen natürlich. Die sind ja komplett irrelevant. Da war ja gar nichts drin, was man abfragen könnte. Die erste relevante Vollsung war ja Betriebssysteme. Da haben wir uns ja damit beschäftigt. Was ist ein Betriebssystem? Was ist die Aufgabe von Betriebssystemen? Das ist ja eine Abstraktion zwischen Hardware und Anwendung. Zwischen Hardware und Benutzer, zum Beispiel Dateien. Das sind ja konkrete Bytes auf ihrem Datenträger und das Betriebssystem abstrahiert das ja. War auch eine der Fragen hier aus der Probeprüfung. Und da haben wir auch über Arten von Betriebssystemen gesprochen. Wir hatten zum Beispiel MS-DOS, Windows NT und Unix bzw. Linux. Wobei der Hauptfokus dann auf Linux war. Wie war den Abschluss von Jupyter gehandhabt? Also wenn Sie das nachweisen können, dass es abgestürzt ist, bekommen Sie so viele Minuten drauf, wie sie der Absturz gekostet hat. Ja, und der Hauptfokus war ja auf Linux. Das heißt, da hatten wir auch im Praktikum den Umgang mit Linux im Textmodus. Also wir haben auf der Konsole navigiert, Dateien ausgelesen, Ordner erstellt. Sie kennen das alles. So generelles Dateihandling auf der Konsole. Dann haben wir uns noch genau mit Dateiartibuten beschäftigt. Also hier ist ja mal die Ausgabe von ls-l dargestellt. Da sehen Sie ja hier, wer ist der Besitzer der Datei, welche Gruppe ist Besitzer, Dateigröße, Zugriffsrechte und so weiter. Kennen Sie alles. Das war noch so Thema Dateiatribute. Und dann hatten wir auch das Thema Speicherverwaltung. Bei der Speicherverwaltung geht es ja darum, wie wird denn so Speicher auf dem Datenträger reserviert. Da hatten wir ja so Themen wie First Fit, Best Fit und Worst Fit. Und da hatte ich ja mit dieser Grafik hier gearbeitet. Und da ging es ja so darum, Sie möchten so drei Dateien, Entschuldigung, Sie möchten drei Blöcke. Also eine Datei besteht jetzt mal aus Blöcken statt aus Bytes. Sie möchten drei Blöcke zum Beispiel auf dem Datenträger speichern. Nach welchem Verfahren kann denn das so gemacht werden? Angenommen, ich möchte drei Bytes schreiben. Ich mache mal Worst Fit. Worst Fit heißt ja, wir schreiben dorthin, wo die größte Lücke entsteht. Das heißt, das erste Byte wird hier geschrieben. Das zweite hier. Und das dritte hier. Falls Sie nicht mehr wissen, wie das mit dem Fitting ging, das war in der Betriebssystemvorlesung Thema. Also einfach nochmal die Aufzeichnung anschauen. Genau, also bei der Prüfung gehen Sie dann auf Karel 3, laden Ihr Notebook runter, packen das zusammen mit der Datenbank in den gleichen Ordner und machen es auf. Also das funktioniert genauso, wie wir es durchgespielt haben. Und am Ende laden Sie dann das Notebook hoch, so auch wie wir es durchgespielt haben. Ja, Vorlesung 3 haben wir dann mit Zahlensystemen gearbeitet. Also wir hatten Umrechnungen in allen möglichen Richtungen. Haben wir auch im Praktikum durchgespielt. Und zudem sprachen wir Bitfolgen und Bitmuster. Haben Umrechnungen gemacht zwischen Byte, Kilobyte und Megabyte. Haben das Zweierkomplement gebildet, also mit negativen Zahlen gearbeitet. Und wir hatten das Thema Zeichenkodierung, also wie können Bytes Text darstellen. Da war ja das Hauptthema ASCII und Unicode, was ja auch die zwei wichtigsten Zeichenkodierungen sind heutzutage. Ja, und da gab es ja auch zwei Praktika dazu, wo wir das durchgesprochen haben. Dann ging es um die Rechnerarchitektur, also wie sind Computer aufgebaut, was für Komponenten hat ein Computer. Und die von Neumann Architektur, worauf hier jeder aktuelle Rechner heutzutage basiert. Bei der von Neumann Architektur liegt ja Programmcode und Daten im gleichen Speicher. Das heißt, die Bedeutung eines konkreten Bitmusters ist immer kontextabhängig. Also ihr könnt euch bloßes draufschauen, halt nicht sagen, ist das jetzt zum Beispiel eine Zahl oder ist das Maschinencode. Das ist immer kontextabhängig. Und zudem haben wir uns bei dieser Forschung mit Logik beschäftigt, also Not, End, Or und XOR. Ja, und wenn es hier so um Daten im Speicher geht, ist hier auch noch die Byte-Reihenfolge relevant. Da hatten wir das Thema Big Endian und Little Endian. Da ging es ja darum, bei Little Endian, wenn Sie mehr als ein Byte lesen, müssen Sie ja die Reihenfolge tauschen, damit der Wert hinhaut. Da erinnert sich vielleicht noch an das Praktikum, wo wir mit dem Hex-Editor gearbeitet haben. Da sollten Sie ja solche Sachen machen, wie ermitteln Sie die Breite des Bildes an Offset. Also Sie haben da so einen Header bekommen mit Spezifikationen, wie zum Beispiel eine Bitmap-Datei, also Bilddatei, aufgebaut ist. Und sollten dann zum Beispiel ein Offset A-Hex, zwei Byte anschauen, die die Bildbreite sind. Und das ist Little Endian, das heißt, Sie nehmen die zwei Byte und drehen die zwei Byte. Wandeln die ein Dezimal um, dann haben Sie die Bildbreite. Das war ja so das Thema in dem Praktikum. So die Anwendung von dieser von Neumann-Architektur mit Daten im Speicher. Ja, also diese Tabellen, wie das Datenformat aufgebaut ist, die werden gestellt. Also solche Tabellen müssen Sie nicht auswendig lernen oder sowas. Das schließt auch alle Codierungstabellen oder sowas ein. Also wenn sowas wie ASCII abgefragt wird, also die ganzen Tabellen bekommen Sie alle. Sie bekommen auch nochmal ein Bild der Northwind-Datenbank mit den wichtigsten Tabellen. Also das wird alles verfügbar sein. Ja, dann haben wir also einen harten Cut gemacht zu Netzwerken. Da ging es ja ums OSI-Modell. Da haben wir in zwei Vorlesungen lang die ganzen Schichten durchgearbeitet. Und besonders wichtig fand ich ja da IPv4. Und da haben wir ja zum Beispiel dann auch mal im Praktikum hier mal ein Heimnetz nachgebaut. Hier ist mal beispielhaft ein Heimnetz dargestellt mit Router, Switch und ein paar Computern. Und dann hatte ich erklärt, wie Adressierung bei IP-Adressen funktioniert. Also IP-Adresse, Subnetzmaske, ist der PC im Netz, ist der PC nicht im Netz. Und so weiter haben wir da ja alles durchgespielt in Praktikum Nummer 7. Genau, also die Prüfungsdatenbank wird die Northwind-Datenbank sein. Da komme ich gleich nochmal drauf. So, dann ging es ja mit dem OSI-Modell weiter in die Darstellungsschicht. Da hatten wir dann verschiedene Themen behandelt. Zum einen Datenkompression. Da gibt es ja immer verlustbehaftet, also JPEG. Das haben wir aber nicht behandelt. Und verlustfrei, das war ja Huffman-Codierung. Da haben wir so Huffman-Bäume gemalt. Da erinnern Sie sich vielleicht noch. Also Huffman war ja ein einfaches Kompressionsverfahren. Da hatten wir ja Worthäufigkeiten genommen. Und dann halt eine kürzere Bitfolge ermittelt für die Kompression. Dann haben wir noch Daten kodiert. Da hatten wir ja neben ASCII und Unicode dann auch Base64 eingeführt. Base64 war ja dazu da, um Binärdaten sicher über das Netz zu übertragen, indem das 8 Bit auf 6 abbildet. Ja, und dann haben wir noch über Verschlüsselung gesprochen. Wobei wir da nur einfache Verfahren angesprochen hatten. Da ging es ja um Cäsar-Schiffre, Visionär. Wobei ich glaube, ich habe den Apostroph schon wieder falsch rum gemacht bei dem Wort. Ich glaube, der muss in die andere Richtung. XOR und One-Time-Pad. Das waren, glaube ich, die vier Verschlüsselungen. Wir hatten, glaube ich, noch AES kurz angesprochen. Aber das war, glaube ich, auch mit Sternchen markiert. Das ist deshalb nichts Relevantes. Und asymmetrische Verschlüsselung, also zwei verschiedene Schlüssel, haben wir auch nur theoretisch besprochen. Da hatten wir nur diesen Diffie-Helmen-Schlüsselaustausch. Und den Rest hatte ich da ja weggelassen, weil das zu kompliziert ist. Da ist ja die generelle Idee, wir haben zwei Schlüssel. Und das unterscheidet halt die symmetrische von der asymmetrischen Verschlüsselung. Da waren wir dann, ja, nach Netzwerken waren wir dann so mit diesen ganzen etwas Low-Level-Sachen durch. Und da habe ich dann einen Wechsel gemacht zu mehr Anwendung. Da ging es dann um Datenbanken. Vorsitzung 8 war ja analytische Informationssysteme. Da ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Also das meiste da war ja Theorie. Ich finde, das Wichtigste ist da das Begriff Relationale Datenbanken. Also was ist der Sinn von Relationalen Datenbanken? Wie sind die Relationen über primären Fremdschlüssel und so weiter? Und was für Garantien geben diese Relationalen Datenbanken? Da ist ja das Stichwort dieses Asset. Das hatte ich in Vorsitzung 8 erläutert. Dann nach dieser Theorievorlesung ging es ja dann in die praktische Anwendung rein. Da haben wir die Northwind-Datenbank kennengelernt. Und kennengelernt, wie man Informationen aus Datenbanken extrahiert. Und das war ja alles an dieser Northwind-Datenbank orientiert. Heißt, da hatten wir verschiedene Sachen gemacht, wie ermitteln Sie alle Kunden. Ermitteln Sie den Kunden, der den meisten Umsatz generiert hat und so weiter. Hatten wir alles Mögliche. Und mit dieser Datenbank werden wir auch in der Prüfung arbeiten. Also Sie bekommen exakt die gleiche Datenbank, die Sie auch schon im Praktikum eingesetzt haben. Bei Ihrem Modul fände ich es nicht fair, eine neue Datenbank aufzusetzen. Also bei Informatik wird man den Leuten eine unbekannte Datenbank geben. Und deren Ziel ist es dann, sich erstmal dort reinzufitzen. Aber das finde ich für so eine Einsteigsvorlesung hier natürlich komplett ungeeignet. Deswegen nehmen wir die Datenbank, die Sie schon kennen. Und Sie müssen dann halt ein paar SQL-Abfragen über die Datenbank machen. Ja, das war Vorlesung 9 und 10. Da haben wir ja recht viel durchgespielt. Und dann noch Praktikum 9 und 10 waren ja die Übungsaufgaben. Na gut, und was eine SQL-Anweisung ist, sollten Sie ja mittlerweile wissen. Nach Datenbanken haben wir ja noch zum Abschluss gemacht vier Einheiten Python. Mit Python haben wir dann auch wieder in Jupyter-Notebooks halt einfache Programme geschrieben. Wir haben gelernt, wie ist die Syntax, was sind Bedingungen, was sind Schleifen, was sind Funktionen. Also so die absoluten Grundlagen. Und in der letzten Vorlesung haben wir noch behandelt das Thema Fehlerbehandlung und Arbeiten mit Dateien. Die zwei Themen würde ich mal streichen, weil dazu gab es kein Praktikum. Deswegen sehe ich da jetzt keinen Sinn darin, da Fragen dazu zu stellen. Genau, Python bis eigene Funktionen ist relevant. Also bis einschließlich eigene Funktionen. Also wir hatten ja noch über das Thema List-Comprehensions gesprochen in der letzten Vorlesung. Aber ich habe ja gesagt, mit List-Comprehensions können Sie nicht mehr machen, als Sie bereits jetzt mit Bedingungen und Vorkönnen. Das heißt, wer Fragen mit List-Comprehensions beantworten möchte, machen Sie es gerne. Aber es wird nicht gefordert sein. Ja, und das war jetzt so die Einheit, das Modul im Schnelldurchlauf. Ich habe Ihnen vielleicht noch mal ein paar Denkansätze gegeben, was Sie sich auf jeden Fall noch mal unbedingt anschauen sollten. Ja, und gucken Sie am besten noch mal in Ruhe alle Vorlesungen durch. Gucken Sie, ob da irgendwo praktische Anwendungen sind. Und wenn ja, schauen Sie sich noch mal diese praktischen Anwendungen an. Und vor allem auch die Praktika. So, das war jetzt erstmal der Recap von der Vorlesung. Ich habe jetzt noch einen kurzen Abschnitt. Aber ich warte jetzt erstmal kurz auf irgendwelche Fragen noch. Und ich sage mal so, ich meine, ich musste ja auch mal früher ein Modul belegen, was mich gar nicht interessiert hat. Das war so Betriebswirtschaft. Gut, da finde ich es vielleicht welche angesprochen, wenn jetzt Betriebswirtschaft sagt, ich muss Informatik belegen, das interessiert mich nicht. Aber ich sage mal, ich habe ja Betriebswirtschaft gehabt und das interessierte mich nicht. Und ja, da galt halt, man hat es halt zwei Tage vorher sich herangesetzt, versucht irgendwie das Zeug auswendig zu lernen und man war froh, wenn man eine 4 hatte. Also ich meine, es kann auch so ein bisschen vom persönlichen Anspruch aussehen. Also wenn Sie das Modul aktiv verfolgt haben, immer die Praktika mitgemacht haben, sollten Sie auch ohne Lernen sogar schon eine gute Note hinbekommen. Und ansonsten, wenn Sie es irgendwie in sich halt schnell reinschieben in 1-2 Tagen, ich denke mal, zum Bestehen wird es gerade so reichen, wenn Sie Glück haben. Also Sie können es mal probieren. Ich meine, Sie haben ja drei Versuche. Bestanden ist ab 40%. Ja, ich lade das Video hoch. So, jetzt ist hier gerade nochmal die Frage wegen dem IP mit dem SIP. Nein, das ist von der Prüfung abhängig. In manchen Prüfungen können es auch 50% sein. Und bei Multiple-Choice, was bei Betriebswirtschaft extrem beliebt ist, da gibt es eine extra Prüfungsordnung. Schauen Sie mal bei dieser Ordnungsseite drauf. Da wird diskutiert, dass Multiple-Choice anders bewertet werden muss. Das ist nochmal extra geregelt. Also Multiple-Choice ist Ankreuzen ohne Begründung. Ankreuzen mit Begründung. Also was weiß ich, 8-Bit sind 2-Bit. Ist das richtig? Ja, nein. Begründen Sie Ihre Aussage. Also ohne das Begründen wäre das Multiple-Choice. Und mit dem Begründen ist es kein Multiple-Choice. Ja, jetzt bekommen alle die gleichen Aufgaben. Aber jeder von Ihnen bekommt eine randomisierte Aufgabe. Also die grundsätzlichen Aufgaben sind gleich, aber halt mit anderen Werten. Ist halt Randomisierung. Wenn der Schwierigkeitsgrad herkriegt aber jeder die gleiche. So, jetzt suche ich das. Jetzt versuche ich gerade noch das Twitter zu finden mit dem Zip. So, genau. Da ging es ja jetzt um dieses Splitten mit dem Zip. Ich führe mal kurz die feurigen Zellen aus, damit ich das nochmal habe. Die konkrete Frage war ja jetzt, wo ist mein Chat? Warum kommt bei IP, Maske, Netz? Ach ja, das muss ich jetzt unterklären. Genau. So, also, was passiert hier? Also die Idee ist ja erstmal bei IP-Adressen, Sie haben ja jetzt hier... Sie haben jetzt hier diese zwei Sachen. Einmal die Maske und einmal die IP-Adresse. Und die Idee von Zip ist ja erstmal das folgende. Sie haben jetzt hier so paarweise. Sie haben also die 192. Die wird hier jetzt bitweise und verknüpft mit der 255. Dann das beides bitweise und. Ist hier oben besser dargestellt. Sie verknüpfen das hier mit dem hier. Das macht ja 192. Also wird hier komponentenweise gemacht. Die 1 mit der 1. Die 1 mit der 1. Ist hier 1. 0 und 1 ist 0. 0 und 0 ist 0. Und so weiter. Kommt also 192 bei raus, wenn man es zurückrechnet. Hier kommt ja dann raus. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0, 0. Ist also 168. Hier fehlen die führenden Nullen. Also es ist ja eigentlich 7 mal 0 und dann die 1. Also 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Sieht man hier nur gerade nicht. Weil das wäre ja eigentlich, weil es nicht gepattet wird. Eigentlich wäre das ja die bitweise und verknüpfung. Das wird ja nicht ausgefüllt von Python. Da kommt ja dann raus. Das ist Vorlesung 14. Das ist gerade nur eine Frage. Genau, hier wird auch verknüpft. Da haben sie es halt komponentenweise verknüpft. Dann kommt der Tonneut 268, 1, 0 raus. Beantwortet das die Frage? Nein, also weitere Aufgaben gibt es eigentlich nicht zu Python. Ich meine, Sie können ja auch mal vom letzten Jahr gucken bei Moodle. Da müsste es nochmal ein paar andere Aufgaben geben. Ich habe ein paar Aufgaben geändert. Gucken Sie mal ins Modul vom letzten Jahr. Da gibt es bei den Funktionen noch ein paar andere Aufgaben. Also viele sind doppelt. Da habe ich glaube ich rausgenommen. Da können Sie auch nochmal stöbern. Genau, nochmal zu dem Bacon Little Endian beim Hex Editor. Also das Riff wird ja byteweise betrachtet. Also jedes Byte steht hier von konkreten Buchstaben. Deswegen wirkt das Little Endian sich dort nicht aus, da das ja byte für byte betrachtet wird und nicht als Gesamtheit. Wäre das eine Zahl, würde es halt gedreht werden. Und weil es eine Zeichenkette ist, wird es halt nicht gedreht. Ich meine, das ist so ein subtiler Unterschied. Den muss man vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen können. Aber ich schreibe hier auch mal hin, wenn es eine Zahl ist, dass die Little Endian ist. Und bei Text, dass es nicht Little Endian ist. Ich meine, wenn Sie das falsch machen, bin ich Ihnen da auch nicht böse. Also wenn Sie beides drehen, soll mir auch recht sein. Ja, die Prüfungsaufgaben werden ähnlich zu den Praktikumsaufgaben. Ja, die ganzen Lösungen sind online. Genau, Little Endian muss man drehen, Big Endian bleibt so. Wobei man sagen muss, in der Praxis gibt es nur noch Little Endian, deswegen wird eigentlich immer gedreht. Big Endian-Systeme sind ja eigentlich ausgestorben, da war nur noch der PowerPC von IBM verbreitet. Und den gibt es seit ein paar Jahren eigentlich auch nicht mehr wirklich. Weil die nicht mehr konkurrenzfähig sind. So, jetzt möchte ich mal noch ein paar abschließende, allgemeine Worts zur Prüfungszeit verlieren. Das ist genommen aus dem Kurs How to Study von der Frau Siewerts, ist eine Kollegin von mir. Wenn Sie da etwas mehr nachlesen möchten, ich habe mal das Modul verlinkt, ist ein Moodle-Kurs. Da können Sie auch auf die anderen Vorlesungskomponenten zugreifen. Und das ist ein Modul für Forensiker im Erstsemester, also hier an unserer Fakultät. Und da geht es so im Prinzip darum, wie studiere ich richtig. Also vielen fällt halt so der Übergang von Schule zu Studium schwer. Und das Modul gibt einfach mal ein paar Anreize, wie man halt so sein Studium planen soll. Also ich finde das eigentlich recht informativ. Und ich finde schon fast, das würde eigentlich ein Pflichtmodul für alle sein. Na ja, ich möchte Ihnen da mal kurz die Stellen zitieren zum Thema Prüfungen. Wie man so an Prüfungen herangeht. Ja, erstmal zum Tag vor der Prüfung. So, da war es der Ratschlag. Wenn möglich am Nachmittag aufhören mit Lernen. Vermutlich, damit Sie sich da nicht am Abend total fertig machen. Und am Abend bereits alle wichtigen Utensilien für die Klausur bereitlegen. Und dann planen Sie abends bereits den nächsten Morgen durch. Also wenn Sie dann aufstehen, sollte alles bereits so am Platz liegen, dass Sie die Prüfung starten können. Äh, nein, das was online ist, ist eine Probeprüfung. Die richtige Prüfung bekommen Sie dann erst live zum Prüfungstermin. Ja, am Tag der Prüfung sollten Sie vor dem Aufstehen nochmal die Zusammenfassungen durchgehen. Bereiten Sie sich ein schönes Frühstück vor. Ziehen Sie Ihre Lieblingskleidung an. Damit Sie dann motiviert in die Prüfung starten können. Und das machen Sie am besten bei jedem Prüfungsmorgen gleich, damit Sie da Rhythmus drin haben. Dann sollen Sie sich ein Glücksritual überlegen, was das auch immer heißen mag. Und lassen Sie sich generell nicht verrückt machen. Wenn Sie sich unsicher sind, schreiben Sie mal One-Minute-Paper. One-Minute-Paper ist neben einem Stift, neben einem Papier und einem Stift. Und schreiben einfach mal in einer Minute auf, was Ihnen zu einem Thema einfällt. Also so schnelles Rekapitulieren ist das. Um sich so auf das Thema zu fokussieren. Ja, also das sollten Sie hier vor der Prüfung machen, ist so der Ratschlag. Also wenn Beten Ihr Glücksritual ist, können Sie das ja gerne machen. Ja, und dann während der Prüfung verwenden Sie Ihren Lieblingsstift. Nehmen Sie einen Glücksbringer mit. Ja, schreiben Sie leserlich. Das ist vor allem für die Dozierenden. Verwenden Sie Absätze und nummerieren Sie die Seiten. Also das ist natürlich für den schriftlichen Teil. Es gibt ja noch, wir machen das ja online, da gibt es keine Lesbarkeitsprobleme, was ich sehr begrüßenswert finde. Aber das sind so die generellen Ideen während der Prüfung. Um vielleicht den Erfolg ein bisschen zu erhöhen. Das ist vielleicht, ich meine, Glücksbringer und Lieblingsstift ist mehr so psychologischer Effekt. Aber ich meine, alles was hilft, besser abzuschneiden. Ganz wichtig, jetzt für Werfen die Prüfung. Also ich meine, das sind so Sachen, die sollte man immer sagen. Unbedingt lesen Sie die Aufgaben gründlich durch. Und beantworten Sie auch nur die konkreten Fragen. Also labern Sie, schreiben Sie nicht unnötigen Text. Antworten Sie so kurz und prägnant auf die Frage, wie es geht. Und lesen Sie ganz genau, was gefragt wird. Dass Sie nicht irgendwas Falsches antworten und damit Zeit verschwenden. Antworten Sie eindeutig. Achten Sie auf die Punkteverteilung. Also verschwenden Sie nicht zu viel Zeit mit Aufgaben, die wenig Punkte bringen, aber schwer sind. Nehmen Sie vielleicht erstmal die leichten Aufgaben, die mehr Punkte bringen. Verschaffen Sie sich am Anfang erstmal einen Überblick. Machen Sie nicht einfach von oben nach unten und fasspeln Sie sich dann irgendwo. Suchen Sie erstmal die für sich einfachen Aufgaben raus. Um erstmal Punkte zu sammeln. Dann behalten Sie die Uhr im Auge. Ja, und wenn Sie irgendwelche Schmierpapier haben, geben Sie das auch mit ab. Da könnte trotzdem irgendwas draufstehen, was Ihnen ein, zwei Punkte bringt. Das könnte ein Unterschied zwischen bestanden oder nicht bestanden sein. Also geben Sie einfach alles ab. Egal, was da für Unfug draufsteht. Wenn es ein kompletter Blödsinn ist, bewerten wir es halt nicht. Ansonsten finden wir noch ein, zwei Punkte. Das waren so die Abschläge meiner Kollegin. Die würde ich auch so zustimmen. Wie gesagt, wenn Sie das mit dem Auto-Study mehr interessiert, habe ich ja den Moodle-Kurs verlinkt. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich heute so sagen wollte. Also prinzipiell, ich wollte jetzt eigentlich sagen, damit endet meine Twitch-Karriere. Aber naja, Sie haben ja auch schon, ich glaube, die E-Mail bekommen an die Studierenden. Nächstes Semester, zumindest der erste Monat des Semesters, ist weiterhin rein online. Das heißt, dieses ganze Online-Zeug hier wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Aber ja, in dem Sinne dann Ihnen erstmal viel Erfolg bei den Prüfungen und danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Äh ja, ich kann nochmal kurz Joints erklären. Einen Moment, da muss ich nochmal kurz zurück wechseln. So, die Frage war jetzt nochmal zum Thema Joints. Also mit Joints kann man ja im Prinzip zwei Tabellen miteinander kombinieren. Wenn wir uns mal hier die Northwind-Datenbank anschauen, haben wir ja zum Beispiel die Produkte. Und zu jedem Produkt gibt es ja eine konkrete Kategorie. Und zum Beispiel einen konkreten Lieferanten. Ja, das kann man ja dann quasi miteinander kombinieren. Ich mache jetzt mal beispielhaft mal ein paar Abfragen. Ich mache jetzt erstmal das Elect-Stern from Suppliers. Äh ja, sie benötigen nur Inner-Joints. Left-Join hatte ich nur einmal gezeigt. Daher lassen wir den weg. So, wir machen erstmal Select-Stern from Suppliers. Da gibt es ja diese Lieferanten-Nummer hier. Der Inhalt vom Technik-Test weiß ich selber noch nicht. Da schreibe ich Ihnen nochmal eine Mail. Hab das erstmal nur reserviert. So, ich limitiere das jetzt mal auf fünf Zeilen. Und man sieht ja hier diese Supplier-ID. Und jetzt mache ich mal noch das gleiche für Produkte. Also Select-Stern from Products. Dann mache ich auch mal Limit 5, damit es kürzer wird. So, man sieht jetzt hier, also hier ist ja die Supplier-ID drin. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und diese Produkte hier, zum Beispiel Chai, hat ja als Lieferant die 1. Heißt also Lieferant 1. Das heißt, die Firma, die Chai liefert, ist die Firma Exotic Liquids. Und die Firma, die Chef Antons Gumbo Mix liefert, ist New Orleans Cajun Delights. So, und jetzt würde ich mal die zwei Sachen mit einem Join kombinieren. Die Join-Spalte ist hier dabei Supplier-ID. Ich mache jetzt also mal Select Product Name, Product Name, Company Name. From Products, P, also Products ist die Tabelle und die ist jetzt bekannt unter P. Inner Join, äh, P Punkt, Coach Inner Join, Suppliers S, on S Punkt, Supplier-ID, ist gleich P Punkt, Supplier-ID. Und das sorgt jetzt halt dafür, jetzt wird halt geschaut, ich meine, ich kann ja auch die Dinger hier ausgeben, P Punkt, Product-ID und S Punkt, Supplier-ID. Wir sehen jetzt also, jetzt wird hier geguckt, bei Supplier-ID 1 kommt jetzt halt Exotic Liquids raus, durch diesen Join hier. Bei Supplier-ID 2 kommt, äh, ah ja, bei Chef Antons Ding hier kommt New Orleans Cajun Delights und so weiter raus. So gehen ja diese Joins, sie geben bei dem Inner-Join den Namen der zweiten Tabelle an und dann die Spalten, wie die miteinander zusammenhängen. Wie der Zusammenhang ist, ist ja oben im Bild erklärt. Sie sehen ja hier Supplier-ID, das heißt, das sind die Tabellen, über die gejoint, äh, die Spalten, über die gejoint wird. Da werde ich Ihnen auch nochmal ein Bild schicken, wo das dargestellt ist, damit Sie wissen, wie die Joinspalten heißen. Zum Thema CHP bzw. Unity, also so richtig, mein Fachgebiet ist das nicht, da würde ich eher sagen, mal in Richtung der Medieninformatiker zu gucken. Sie können mal den Professor Mark Ritter vielleicht mal kontaktieren oder wir können ja nochmal einen Termin vereinbaren, da können wir das nochmal in Ruhe besprechen. Ja, hat das jetzt erstmal die Join-Frage hier beantwortet? So, sieht der Professor bei einer normalen Opal-Prüfung, wenn man den Tab mit der Klausur verlässt? Nein, also meines Wissens wird das nicht angezeigt. Also ich habe letztes Jahr eine Opal-Prüfung gemacht und die Information wird da eigentlich nicht rausgegeben. Sie müssen aber aufpassen, Sie dürfen nicht versehentlich im gleichen Browser zweimal Opal aufmachen, das sorgt dafür, dass die Prüfung unterbrochen wird. Also müssen Sie aufpassen, nicht mehr Opal-Fenster aufzumachen. Da muss dann der Prüfer manuell ihre Prüfung wieder anstoßen. Ja, das war es ja anscheinend mit den Fragen, dann, ja, wie gesagt, dann bis in zwei Wochen zur Prüfung. Tschüss. Ja, das war es ja Susann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020